hallo eigentlich wollte ich jetzt das ganz anders aufnehmen aber ich muss hier einfach kurz eingreifen weil es ist einfach zu knuffig hier unsere zwei zwischen nicht mehr ganz so kleinen gerade haben sie noch selig geschlafen auf meiner etwas wie soll ich sagen eingelebten couch jetzt ist aber putzstunde dann lassen wir selber putzen wie man sieht vorne wo sie kriegt gerade die mund dusche von flecky ist doch einfach niedlich putz putz und mal schauen wie lange sich das jetzt durchhält ich habe ja gedacht eigentlich wollte ich jetzt zeigen wie süß sie sind wenn sie schlafen sind sie ja auch sind aber auch süß wenn sie sich putzen wobei der eine schläft ja direkt und sich selbst ein bisschen mit komm kommt keine zeit für mich keine augen für mich macht nichts gut ein kurzer eintrag zum thema kernspieler extrem katzenwäsche immer so sieht inzwischen sind sie knapp fünf monate und klein sind sie beim besten willen nicht mehr und versuchen gerade zu begreifen wie meine katzenklappe benutzt da gibt es vielleicht auch mal irgendwann noch irgendwas aber schauen wir mal erst müssen sie es hinkriegen deswegen sage ich jetzt lassen wir die beiden noch jetzt in frieden weiter die gerne betreiben und deswegen bis zum nächsten mal tschüss